Tauchen Sie im Mohrenmuseum in die Welt des Bieres ein. Erfahren Sie interaktiv und multimedial die Geschichte der Braukultur. Dabei entdecken Sie zahlreiche Exponate, von alten Bierflaschen bis hin zu historischen Braugeräten aus der Sammlung der Eigentümerfamilie Huber. Juwel der Ausstellung ist die historische, liebevoll restaurierte Brauanlage der Sat. 1er Gasthausbrauerei Schäfle. Am Ende des Rundgangs gibt es für jeden Besucher ein passendes Bier, ausgewählt mittels Biergenerator, gerne zu verkosten an der Mohrenbar.